Heute ist ein schöner Tag. Das Wetter ist wirklich schön. Der Himmel ist heiter, aber wie ihr sehen könnt, ist Eis auf der Wiese. Die Temperatur fiel diese Nacht auf minus zwei Grad. Und jetzt gehe ich... zu dem Einkaufszentrum um frühstücken. Weil im Einkaufszentrum gibt es ein Bar, wo man frühstücken kann. Wir senken. Der Himmel ist heiter. Aber es gibt ein bisschen Wolken. Ein bisschen Wolken. Okay. Diese Saison, die Temperatur ist noch nicht... wirklich zu kalt gefallen. Tatsächlich... ist gefallen nur auf minus drei, minus zwei, aber auf jeden Fall nicht so kalt, wie in die vergangenen Jahre... in den vergangenen Jahren... als die Temperaturen waren... sehr... sehr kälter. Ich erinnere, dass eines Jahres... Jahr 2012 die Temperaturen im Flughafen Mailand Malpensa fiel auf minus 18 Grad. Ich korrigiere mich. Ich erinnere, dass eines Jahres die Temperatur am Flughafen Mailand Malpensa auf 18 Grad fiel. Das ist das Einkaufszentrum. Das ist er ein ins mit dem Motivation Mailand Malpensa. Das ist das eine Helle. Das ist das eine Helle. Und das ist das Gernamt Malpensa, das wäre auch in die Kierwamze. Und das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist das, das ist der Zugang des Einfkaufszentrum.